Guten Tag zusammen und willkommen zu unserem Webinar Praxiserprobter Verifikationsprozess, der gleichzeitig die Normen IC 161508, DIN EN 50128, EN 50567 und ISO 25119 erfüllt, mit dem Herr Heininger. Freut mich, dass wir wieder so viele Teilnehmer sind. Mein Name ist Julia Drengwitz, ich arbeite bei der Firma VerifySoft Technology und bevor es dann ans Eingemachte geht, würde ich Ihnen einfach kurz noch sagen, mit wem Sie es jetzt gleich in der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde zu tun haben und einfach mal kurz noch unsere Firma VerifySoft vorstellen. Hauptsächlich haben wir es gleich zu tun mit dem Herr Martin Heininger, er ist Gründer und Inhaber von HICON, das ist ein Beratungsunternehmen in Schwendi bei Ulm und er bringt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich von Methode und Prozesse für die sicherheitskritische Entwicklung von Embedded-Systeme mit. Deswegen machen wir natürlich auch unsere Webinare mit ihm, weil er da sehr nahe an der Praxis dran ist. Und dann, eben mich habe ich schon vorgestellt, mein Name ist Julia Drengwitz. Ich bin bei VerifySoft Technology im Vertrieb für die deutschsprachigen Länder zuständig und später wird unser technischer Kundeberater Roland Persson einfach mal noch kurz mit einem Tool zeigen, wie man das, was der Herr Heininger gleich erklärt, auch in die Praxis umsetzen kann. Kurz zur Firma VerifySoft Technology GmbH. Wir wurden 2003 gegründet als Distributor für die Testwelltools, sitzen in Offenburg, das ist in Süddeutschland, nahe an der Grenze zu Frankreich. Die nächste Grenzstadt ist dann direkt Straßburg und 2003 haben wir angefangen mit der Distribution für die Testwelltools und seit 2013 sind wir auch Eigentümer dieser Tools. Die werden seitdem auch bei uns stetig weiterentwickelt. Und genau eben vor Jahren ein großer Teil macht bei uns unser Code-Coverage-Analyzer Testwell-CDC++ aus und darüber hinaus über unsere eigenen Tools haben wir auch noch Tools von unseren Partnern Grammatec und Imagix. Und um unser Angebot zu vervollständigen, machen wir Seminare und wie Sie alle merken, auch Webinare. Ein großer Teil unserer Kunden kommt aus dem Embedded-Bereich. Wir haben mittlerweile über 750 zufriedene Kunden in gut 40 Ländern und der Grund, warum die meisten unserer Kunden aus dem Embedded-Bereich kommen, aus dem sicherheitskritischen Bereich, auch hängt vor allem mit unserem Code-Coverage-Analyzer Testwell-CDC++ zusammen, weil der Embedded-Sicherheitsnorm gerecht wird, indem er Code-Coverage bis hin zum höchsten Level MCDC und Multi-Condition Coverage macht. Der Vorteil hier ist einfach, dass sich unser Code-Coverage-Analyzer einfach in bestehende Toolchains integrieren lässt. Ich will da jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen, da geht nachher der Herr Perser nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Und dann haben wir noch unser statisches Code-Analyse-Tool, unseres Partners Grammatec. Eben, kurz und nah, macht Quellcode- und Binärcode-Analyse, deckt Bugs auf und überprüft auch alle gängigen Coding-Standards, ja, verschiedene Metriken, ja, eben die ganzen Standards und macht auch noch eine Architektur-Visualisierung. Dann haben wir noch ein Tool von unserem Partner Imagix 4D. Imagix ist auch ein Tool für Reverse-Engineering, aber auch vor allem zur Dokumentation von Source-Code, sodass man ein besseres Verständnis vom Code erhält, wenn man beispielsweise Legacy- oder Third-Party-Code hat, bei dem man einfach, ja, mal einen Überblick braucht. Das war es auch schon. Ich fasse mich da immer gern kurz und übergebe dann an den Herr Heininger und wünsche Ihnen viel Spaß beim Webinar. Vielen Dank, Julia, für die Einführung. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einem spannenden Webinar, ja. Ich würde sagen, ein provokantes Webinar, eben praktischbasierte Auswahl von funktionalen Sicherheitsmethoden, so habe ich genannt, in der Softwareentwicklung. Und ja, wie schon gesagt, ein bisschen ein provokantes Webinar. Da darf man gleich drei Standards zusammennehmen. Die Idee dahinter entstand daher, da es viele Firmen gibt, Tier 2, 3, 4 Zulieferfirmen, die in verschiedene Branchen ihre Softwareprodukte liefern. Und die die Herausforderung haben, immer wieder dann verschiedene Safety-Standards, wenn es eine Safety-Software ist, zu erfüllen. Und man will ja nicht drei oder vier verschiedene Entwicklungsprozesse etablieren, gerade auch noch in einer kleineren Firma. Und das ist auch nicht notwendig. Und deswegen haben wir hier dieses Webinar aufgesetzt, um das mal durchzusprechen, so mit 10, 15 Jahren Erfahrung meinerseits. Wie kann das funktionieren? Zu mir ganz kurz. Ich habe eben Erfahrung in Sicherheitssoftware in den verschiedenen Branchen, Automobil, Bahn, Industrie, Luftfahrt. Aus der Luftfahrtindustrie komme ich. Die Luftfahrtindustrie hat das Besondere in diesem Bereich, dass sie das, was wir heute hier alles besprechen, live und über 20, 25 Jahre ausprobiert hat. Alle diese Prozesse wurden mit großen Wehklagen manchmal und mit großen Schmerzen probiert. Sprich, die Luftfahrt weiß, was von den Dingen, die in allen Standards heute drinstehen, funktioniert und was eben weniger funktioniert. Und ja, daraus schöpfe ich jetzt eben meine Erfahrung. Gebe ansonsten, wenn ich keine Webinare mache, hauptsächlich Hands-on-Coaching im Bereich Requirements, Test Engineering und generell dem Management der funktionalen Sicherheit. Aufgeteilt ist das Ganze nun in diese sechs Bereiche, fünf Bereiche. Wir schauen uns mal die Standards an, wie denn die zusammenhängen ein Stück weit. Dann gehen wir, sag ich mal, typischerweise die linke Seite und die rechte Seite des V-Modells, also das gesamte V-Modell durch. Und schauen uns übergreifend die Methoden und Verfahren, die in den Normen drin sind, an. Wir haben jetzt nur eine halbe, dreiviertel Stunde, also das muss relativ kompakt sein. Aber ich glaube, mir ist gelungen, das relativ gut aufzubereiten, sodass Sie da einen ganz guten Eindruck gewinnen. Und mehr als das kann das Webinar hier nicht leisten. Den Rest müsste man dann schon individuell genauer anschauen. Aber mir geht es genau um das, diesen Eindruck und diese Message zu vermitteln, dass es sich lohnt, hier drüber nachzudenken und die Projekte entsprechend aufzusetzen und zu planen. Gut, also Requirements, Architektur, Verifikation eben und dann am Schluss eine Zusammenfassung, die Take-Home-Message. Ja, steigen wir ein, Überblick über die Funktionalen Sicherheitsstandards. Es sind nicht alle, ja, und wir haben schon ein Webinar gemacht zur 26602. Die haben wir ein bisschen rausgenommen, weil die ein bisschen spezieller ist. Wobei nicht gesagt sein soll, dass Sie jetzt, wenn Sie Automobil und Zug- oder Industrieprodukte bauen, dass das nicht geht, das geht auch. Aber das Webinar haben wir zweigeteilt. Wir haben also einen Standard, den 61508-Standard, der Funktional Safety-Standard für EEP-Systeme. Das ist die Mutter aller Funktionalen Sicherheitsstandards. Der wurde 1998 das erste Mal publiziert, 2011 erneuert. Und aktuell, wenn Sie sich den mal einigen, alle, die im Gremium sind, kommt er neu raus. Der ist also in der Überarbeitung. Themen sind KI, die da reinkommt, also unter anderem. KI, wie behandelt man KI in der Funktionalen Sicherheit, wird neu oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, was rauskommen wird. Und Tool-Qualifikation sind so die zwei heißen Eisen. Das sind auf jeden Fall zwei von den heißen Eisen, die man noch diskutiert. Dann die 13849, das ist die Maschinenrichtlinie von 2012. Und die ist ein bisschen besonders, die fällt ein bisschen aus dem Rahmen, weil die sehr stark aufs System geht. Und im Softwarebereich verweist die im Wesentlichen auf die 61508. Deswegen habe ich die jetzt nicht extra reingenommen, nur hier am Anfang aufgezeigt. Dann die 25119, das ist für den Maschinenbau die Norm. Und der Zug hat dann drei bis vier Namen sogar, also Railway. Gut, also die Bahn-Norm, die 5026, 2829 und seit Neuestem, seit 2017, die 50657, die jetzt speziell für die Loks und für das, was alles, was auf der Schiene fährt, gilt. Weil die anderen, die 5028, gilt für alles, was neben dem Gleis ist, also das Signaling, wie es in der Norm eben heißt. Und die 5028 und die 50657 sind die zwei Software-Normen, also die schauen wir uns jetzt hier in dem Webinar auch an. Alle diese Normen haben so vier bis fünf Level an Kritikalität, die wir jetzt dann bei der Auswahl von diesen Standards uns auch gleich anschauen, wann, welchen Einfluss die haben und wie man diese Tabellen, die da drin sind, in diesen Normen, in all diesen Normen, das ist das erste Ding, das gleich ist, wie man also damit umgeht und den Safety Integrity Level praktisch mit betrachtet bei der Auswahl seiner Methoden und Verfahren. Kurz noch ein bisschen die HICON-Sicht, sage ich jetzt mal, die HICON-Übersetzung auf das Thema funktionale Sicherheit überhaupt. Was ist denn das und aus welchen Teilen besteht das? Und ich komme da sinnvollerweise, kommt man auf diese vier Bereiche, nämlich das System Engineering, das Management der funktionalen Sicherheit, also oben System Engineering, unten das Management, sind so die übergreifenden Dinge, dann geht es um zufällige Hardwarefehler, die man minimieren will. Also die Hardware kann ausfallen, kann physikalisch defekt werden und nachdem das mit Physik zu tun hat, spricht man hier von zufälligen Fehlern. Diese Fehler sind ja auch statistisch verteilt, haben eine gewisse statistische Verteilung, da kommt dieser Begriff zufällige Fehler her und bei der Software spricht man von systematischen Fehlern, die ist auch in der, also hier steht jetzt nicht mehr Software drin, aber der Großteil der systematischen Fehler in Systemen, die wir heute haben, da ist in der Software drin und die werden als systematische Fehler bezeichnet, weil die Software ist, wenn dann von Anfang an falsch programmiert, ein Fehler kommt bei der Software nicht im Laufe der Zeit rein. Alle Dinge, die man da sagt, naja, Memory, Violations oder so Dinge oder ein Bitflipper oder so was, das sind letztendlich Hardwareprobleme, nämlich die vom Speicher. Also echte funktionale Softwarefehler werden als systematische Fehler bezeichnet und das ist, wie gesagt, die Großzahl. Natürlich gibt es die auch in der Hardware, natürlich kann man auch die Hardware, gerade wenn man programmierbare Hardware hat, die FPGAs, dann haben wir natürlich auch da mehr systematische Fehler drin, wie das bei diskreter Hardware ist. Und das ist hier, also diese systematischen Fehler, um die geht es jetzt im Webinar, die Reduktion der systematischen Fehler. Es geht nicht um die zufälligen Fehler, wo man mit Berechnungen, mit Mathematik für den Ingenieur sehr, sehr gut, wo man ein bisschen rechnen kann, mit Zahlen umgehen kann, statistische Werte annehmen kann, sondern es geht um ein ganz weiches Thema, nämlich wie schaffen wir es, die menschlichen Fehler, Fehler, die der Mensch produziert hat, zu reduzieren oder auf ein Minimum herunterzubringen. Das ist das, um was sich diese Normen und dieser Teil der Normen, um den es jetzt heute hier geht, um diesen Softwareentwicklungs- und Verifikationsteil, also beschreiben. Und Sie sehen da unten in dem blauen Bereich so typische Maßnahmen, eben Requirements, viel testen, so Themen wie Toolqualifikation, Reviews, das spielt in dem Bereich alles eine Rolle. Bei der zufälligen Fehler da drüben sehen Sie eben FMEDA, also das, was ich gemeint habe mit Berechnungen. Mean Time Between Failure heißt MTPF. Und andere Berechnungen, das sind also ganz andere Vorgehensweisen oder sehr, ja doch sehr unterschiedlich. Und das ist schon mal sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir hier jetzt um Methoden und Prozesse ringen, sage ich jetzt mal, oder auswählen, die dazu beitragen, eben um systematische Fehler und damit, wie gesagt, in fast 100% der Fällen menschliche Fehler zu reduzieren. So, jetzt haben die Normen, so nehme ich jetzt mal schon vorweg, oder die Normen sind so strukturiert, alle Normen sind so strukturiert, die ich jetzt hier im Fokus habe, erst mal darum kümmern und sagen, okay, wir wollen eine Spezifikation haben, jetzt mal ganz übergeordnet, ja, eine Software-Spezifikation, Requirement Engineering, das Thema Requirement Engineering, ja, das behandelt die Normen. Sie reden dann auch, das Nächste ist die Architektur, da kommen wir dann aber drauf, aber das Erste ist eben das Requirement Engineering. Und da gibt es dann typischerweise Tabellen, wie Sie es jetzt hier sehen, ja, also da stehen Methoden drin, eben zum Beispiel, ich würde gerne eine Requirement-Spezifikation in natürlicher Sprache haben, also sagt die Norm, die Norm sagt, bitte erstellen Sie eine Requirement-Spezifikation in natürlicher Sprache. Und wenn Sie reinschauen in die Normen, ich denke, Sie kennen es, wahrscheinlich die meisten werden es kennen. Da drüben habe ich jetzt die einzelnen Normen aufgeführt. Normalerweise, wenn Sie in die einzelne Norm reinschauen, steht da eben Seel 0, Seel 1, Seel 2, Seel 3 und dann eine Gewichtung des Ganzen. Also mit Plus und Plus Plusen oder mit Kreuzchen, eher mit Plus und Plus Plusen meistens. Plus Plus ist highly recommended und Plus ist nur recommended. Und da drüben, das habe ich jetzt hier auch nicht gemacht, weil es, wie gesagt, eine allgemeine zusammenfassende Tabelle ist, da drüben stehen dann entweder Zahlen und Buchstaben 1, 2, 3, 4, 5 oder es steht eine Zahl 1, A, B, C, D und immer wenn da eine Zahl steht und dann Buchstaben sind, dann dürfen Sie aus diesen mehreren Methoden eine auswählen. Da habe ich das von der Norm sogar vorgeschlagen, das zu tun. Und wenn nur Zahlen dastehen, also 1, 2, 3, 4, 5, dann erwartet man, dass Sie alle machen oder eine Begründung abgeben, warum Sie die eine oder andere Methodik auslassen. Und wie gesagt, nachdem wir jetzt drei Normen haben, kann ich nicht in so ins Detail eingehen, auf die einzelne Norm. Ich würde jetzt gerne diese Dinge hier durchgehen, eben natürliche Sprache. Also Sie sehen, wollen tun das alle Normen, wobei jetzt so eine 61, 5 und 8 da ist in Klammern das Kreuzchen nur drin oder das X drin. So direkt steht das nicht drin, aber indirekt schon. Also in der Tabelle steht das nicht. In der 25 oder 19 steht ganz klar drin, ich hätte gerne eine Spezifikation in natürlicher Sprache. Das gleiche in der 50 und 28. Das ist eher indirekt gefordert. Sehr, sehr interessant, dass Sie Requirements in natürlicher Sprache diese Normen gar nicht so eindeutig fordern, weil de facto müssen Sie sie machen. Also Sie werden kein Software-System bauen können, sicherheitskritisches Software-System, wo Sie keine textuellen Requirements haben. Das ist ganz klare Erfahrung meinerseits. So, modellieren. Das ist jetzt eher so ein Thema der 50 und 28, der Bahn-Norm, aber die anderen beiden reden davon schon auch oder haben das schon auch drin. Und modellieren, wir sind im Thema Requirements, in der Spezifikation, da wird das relativ schwierig. Ich würde gerne oder würde Ihnen empfehlen, eben zu unterscheiden zwischen natürlichsprachlichen Requirements und dann den Modellen und alle Modelle, die es heute gibt, beschreiben letztendlich die Architektur und das Design eines Systems, aber nicht die Funktion oder nur sehr eingeschränkt die Funktion. Die Standards sind hier aber nicht so eindeutig. Die haben eben diese Begriffe Modellierung durchaus, wie man hier sieht, im Thema Requirements drin. So, dann sind so Begriffe in mehr oder weniger allen Normen drin, die strukturierten, ein strukturiertes Vorgehen. Und strukturiertes Vorgehen ist in der Safety immer zu empfehlen. Ja, also bei jedem Review, bei allem, was sie tun und eben systematisch Requirements aufschreiben in natürlicher Sprache ist ein absolut strukturiertes Vorgehen mit in einer Datenbank idealerweise und die einfachste Datenbank ist Excel, wobei das sicher nur begrenzt empfehlbar ist, aber gehen tut es schon in kleinen Projekten. Strukturiertes Vorgehen mit eben in Requirements Form, also textuelle Requirements und dann mit Attributen, Requirements mit Attributen, ja, versehen, damit erfüllt man dieses Ding. So, und dann kommen so Themen, Decision Tables, das ist jetzt auch aus der Bahn, das haben die anderen beiden nicht so drin, aber die Automobilbranche hat das auch drin. Naja, Entscheidungstabellen schreibe ich halt in Requirements rein, typischerweise, ja, wo es sich denn anbietet, wenn es gerade eine Tabelle ja gibt. Mit Tabellen kann man sehr gut arbeiten in Requirements, hängt ein bisschen von der Funktionalität ab. Die dürfen nicht zu groß werden, aber funktioniert wunderbar. Traceability, das können Sie sich vorstellen, ist in allen Namen gleich, also von Ihren System Requirements auf Ihre Software Requirements, beziehungsweise von Ihren Requirements zur Architektur, beziehungsweise von Ihren Requirements zum Test, müssen Sie tracen. Computer Edit Specification Tool, Sie sehen, das ist auch in der neuen, 25 oder 19 noch drin, die 61, 85 ist schon älter. Also klar, mit Papier und Bleistift machen wir es nicht mehr, sondern das muss schon auf dem PC stattfinden, aber ansonsten ist da auch relativ viel offen. Hier habe ich jetzt Traceability bei, das zweimal, das ignorieren wir dann mal. Inspektion, Walkthrough von den Requirements, komme ich gleich drauf, sage ich gleich, gleich war es dazu noch, zu dem Thema, die Unterscheidung zwischen Inspektion und Walkthrough, das kommt noch öfters in anderen Themen. Also das ist das, was in den Namen drin ist. Jetzt kommt meine Erfahrung oder das, was ich einfach empfehle, habe ich jetzt glaube ich auch schon gesagt. Also wenn wir über Requirements reden, dann reden wir über das, was ein System tun soll, dann ist die Idealform als Text, also natürliche Sprache in der Datenbank, so sieht es typischerweise aus. Da steht der Requirements Text und dann verschiedene Attribute, die eben Dinge festlegen, eine eindeutige ID für das einzelne Requirement. Das ist also das Mittel der Wahl. Und alles andere, wo man, wo der Softwareentwickler gar nicht tut, ja, in der Regel, Diagramme, Sequenzdiagramme, Aktivitätsdiagramme, sind im Wesentlichen Architektur, auch wenn es nicht ganz eindeutig unterscheidbar ist, also natürlich ist die Welt nicht schwarz und weiß, sondern grau. Also ein Aktivitätsdiagramm kann sehr wohl natürlich auch Spezifikation sein, aber jetzt sehen Sie vielleicht, da muss man da mal mal drüber nachdenken. Wann ist es eine Spezifikation und wann ist es Teil der Architektur? Und das sind die Dinge, die man eben früh im Projekt machen soll, sich da eine Methodik, eine Vorgehensweise definieren sollte, um da eben das Richtige auszuwählen und überhaupt für Sie jetzt zu mitnehmen, was und wie unterscheiden und dass die Art der Dokumentation eine andere ist, nämlich beim Was ist es eher der Text und beim Wie ist es eher die grafische Darstellung. Hier zusammenfassend, was ich jetzt im Prinzip gesagt habe, also die Praxiserfahrung eben behandelt die Requirements in den Standards oder die textuellen Requirements kommen nicht so nicht so richtig gut raus. Es wird sehr stark vermischt in den Standards zwischen Architektur und Requirements, Stichwort Modeling von vorher. Sie sollten es klar unterscheiden. Sie sollten textuelle Requirements schreiben in natürlicher Sprache, die die Funktionalität beschreiben und Sie sollten Ihre Architektur und Ihr Design dokumentieren. Das kommt jetzt dann gleich im nächsten Punkt. In grafischer Form die Standards unterscheiden eben nicht so eineindeutig, nicht so wie ich mir es wünschen würde oder so wie von allen erfahrenen Leuten die Praxiserfahrung eben ist. Da hinken die Standards eigentlich hinterher, muss man sagen. Und Design und Architektur, da oben habe ich ja geschrieben Architektur, Design und Design ist aus meiner Sicht einfach nur eine detailliertere Darstellung der Architektur. Ich gehe mehr als Detail, bis ich zum Source Code runterkomme oder bis ich in diesem Bereich bin, meine Header-File stellen, die Interfaces da, und das ist dann Teil, auch Teil des Designs. Also sind Sie nicht ganz so kritisch beim Unterscheiden zwischen Architektur und Design. Vielmehr unterscheiden Sie zwischen Requirements und Architektur. Grafische Modelle für Funktionalitäten, also Requirements habe ich jetzt hier geschrieben, gibt es nicht. Mir wäre nichts bekannt. Wenn Sie was haben, lassen Sie es mich wissen. Entscheidungstabellen eben sind Teil von Requirements, immer dann, wenn es passt. Systematisches Vorgehen stand ja auch noch drin, was man bei den Requirements sagen kann, wenden Sie den Alistair Maven an, der Easy Approach for Requirements-Syntax, nehmen Sie Requirements-Schablonen her, wie zum Beispiel diese hier in Englisch jetzt. Also jedes Requirement hat ein Keyword, im Englischen sollte das ein Shell sein, im Deutschen ein Soll, kein Muss übrigens. und dann eben so Dinge wie, so Sätze wie, if irgendeine Kondition oder Event passiert, dann soll das System, beschreiben Sie aktiv, was, also welcher Softwareteil oder welches Systemteil, oder welches System soll dann wie reagieren an den äußeren Schnittstellen oder an den Schnittstellen, die Sie eben definiert haben für Ihre Blackbox, die Sie beschreiben. Und das gibt es jetzt halt in verschiedenster Ausführungen. Das gibt es, durch die englische Grammatik hat auch im Stile von Wenn das und jenes passiert oder Weil, können Sie auch hernehmen. Ehrlich gesagt, komme ich mit dem If und dem Wenn in meiner Praxis sehr, sehr weit. Ja, optionale Features, das wäre, sollte man eher weniger verwenden in Requirements. Das macht man in, also im Text von Requirements, das macht man eher in Form der Attributierung von den Requirements. Ja, also wenn irgendeine Software oder eine Softwarevariante diese Feature drin hat oder nicht drin hat, dann tun Sie das bitte nicht im Text dokumentieren, sondern über ein Attribut in der Datenbank. So, jetzt haben wir Requirements und wir haben schon über die Architektur gesprochen. Ja, ich muss es aber zweiteilen und will es zweiteilen. Jetzt kommen wir zur Architektur in den Normen. Jetzt wieder wie vorher, die haben also Tabellen drin zur Architektur. Wie gehen Sie mit der Softwarearchitektur vor? Und jetzt sehen Sie, das, was jetzt hier steht, ist in allen drei Normen de facto gleich, ja, so gut wie alles hier. Strukturierte, semiformale, formale Methoden für die Architekturerstellung, nicht für die Requirements, für die Architekturerstellung. Wird in allen Normen gefordert und sage ich mal, je höher der SIL-Level ist, desto mehr soll es dann formal sein, ja, oder am Anfang SIL 0, SIL 1, SIL 2, strukturiert, semiformal, formal. Ich sage da gleich was dazu in der nächsten Folie. Nächste Methode, die da drin steht, ist, die Architektur soll modular sein, also kein Spaghetti-Code. Sie soll, also dadurch, dadurch wird sie ja auch strukturiert, indem sie modular ist, ja, und auch je höher der SIL-Level, desto stärker wird das gefordert, diese modulare Architektur. So, dann Diversität, ja, aber das geht jetzt über die einzelne Softwarefunktion in der Regel hinaus. Es geht jetzt über die Gesamtarchitektur ihres Systems, ja, kann man jetzt vom Beispiel her oder in der Allgemeinheit schwer, schwer sagen oder schwer, schwer ein Beispiel machen. Es muss einfach, ich sage mal, Redundanz spielt da eine Rolle, ja, nur in der Software gibt es nicht wirklich Redundanz, also Redundanz ist ein Hardware-Thema und in der Software haben sich solche Methoden wie ein Kanal misst die Signale und ein anderer Kanal überwacht die gleiche Messung, ja, und stellt eben, wenn da ein Fehler da ist, fest, okay, da ist ein Fehler und meldet diesen Fehler, also diese, das sind so Mechanismen für diverse Software-Prinzipien, ja, dass ich also ein und das gleiche Signal einmal mit einem Kanal messe oder mit einem Prozessor oder mit einem anderen Prozessor überwache ich dieses Signal. Dann, klar, müssen Fehler Detektierungsmechanismen drin sein, auch da komme ich gleich in der nächsten Folie drauf, was es da für Beispiele gibt, das inkludiert die Fehlerbehandlung, die zwei kann man gleich nehmen und das Thema Fehler Detection-Mechanismen, welche das sind, das wird von außerhalb der Software getrieben, nämlich von der FMEDA, das kommt aus der Hardware raus, ich will ja Hardwarefehler überwachen in der Regel oder um das geht es da hauptsächlich hier bei der Software, diese Hardwarefehlerüberwachung und welche das dann sind, das liefert mir eben die FMEDA dazu und je mehr, je kritischer das System wird, desto mehr Fehler muss ich überwachen und je besser muss das Fehlerhandling eben sein. Die Tracability wiederum von der Architektur zu den Requirements, von der Architektur gegebenenfalls zur Verifikation, wobei da jetzt mit Vorsicht zu genießen, also die Architektur selber reviewen sie im größten Teil und wenn sie eine gute Trennung gemacht haben von dem, was wir vorher besprochen haben, zu den Requirements und die Architektur gut auftrennen, dann müssen sie die Architektur gar nicht großartig testen, sondern die reviewen sie und die Requirements testen sie. Auch hier steht wieder Inspektion Walkthrough und da kommt jetzt gleich in der nächsten Folie eben die Unterscheidung, da möchte ich Sie ein bisschen darauf auch ummerksam machen, das wird in den Normen hier nur so lapidar genannt, aber es ist ein großer Unterschied, ob ich eine Inspektion machen muss für SIL 4, SIL 3, SIL 4 meistens gefordert oder nur ein Walkthrough. Eher so SIL 1, SIL 2 gefordert und Architektur sollte immer, egal was die Norm sagt, meine Interface, meine Schnittstellen rausarbeiten und definieren und was nun Polydefined meint, darüber kann man streiten, aber wichtig ist, die Schnittstellen sind da, die Protokolle sind definiert und dann ist es, wenn das Protokoll definiert ist bei Feldbussen wie Ken zum Beispiel, dann ist es voll definiert. Bei einer Diskreten heißt es halt, es gibt 0 und 1 und es gibt Spannungspegel, bei einer Analogen gibt es dann entsprechend vielleicht mehr Elemente, dieses Interface, was das alles kann, es gibt irgendwelche maximalen Ströme bei diskreten Inputs und Outputs, solche Dinge bedeuten voll definiertes Schnittstelle und das ist der einzige Punkt, der nicht so explizit in der 61.5.8 gefordert ist, stark in der Bahn gefordert ist und in der 25.119 auch nicht, nur sie werden kein Meeting, kein Assessment bestehen nach 61.5.8 oder 25.119, wenn ihre Architektur keine Schnittstellen definiert und in der Regel auch voll definiert, die können es dann kaum testen, sie sind praktisch gezwungen, die Schnittstellen zu definieren und praktisch voll definiert. So, da gibt es jetzt viel zu sagen, ich habe schon, gäbe es viel zu sagen, es würde das Seminar hier deutlich überschreiten, die Möglichkeiten, die wir haben. Erstmal, seitdem wir softwaremäßig modellbasiert entwickeln können und das tun, kriegen wir bessere Architekturen, weil die Modelle, die wir haben, aus denen man vielleicht dann auch Source Code generiert, in der Regel die Architektur widerspiegeln, wie schon gesagt, vorher gesagt und nicht die Requirements, nicht die Funktionalität, sondern die zeigen, wie das System gebaut ist und damit repräsentieren die in der Regel die Architektur. Semiformale Notation, naja, also Modelle, aus denen ich das nächste, Semiformal ist auf jeden Fall UML, mindestens, aber wenn Sie Ihre eigene Notation machen, also wenn Sie Blöcke machen und Pfeile und diese Pfeile beschriften und dort also dieses Bild des Sie malen eindeutig ist alles, alle Elemente, alle grafischen Elemente, die Sie da verwenden, wenn Sie die eindeutig definieren, dann kann man da sehr wohl auch von semiformaler Notation reden oder würde jetzt zumindest so SIL 1, 2, die unteren SIL Level auf jeden Fall bestehen, ja, auch wenn da semiformale Notation drinsteht. So, formale Notation, das ist, dann geht, da geht es immer um mathematische Korrektheit und die Tools, die es da inzwischen gibt, eben für das Modell basierte Entwickeln, aus denen, wenn ich daraus Source Code generieren kann, dann muss dieses Modell eindeutig sein, sonst könnte keine Maschine daraus Source Code generieren und dann kann man von formaler Notation reden, ja, es gibt natürlich auch noch formale Spezifikationssprachen, die habe ich jetzt aber rausgelassen, ich habe mich jetzt mal hier drauf beschränkt auf Code generieren auf Modelle, weil das auch, wie gesagt, völlig, dann ausreichend ist, also auch für SIL 3 und SIL 4, die ein sauberes Modell haben, passt das von der bezüglich semiformal und formal. Im Requirement Engineering vorsichtig sein mit dem Modellieren, ja, sie werden kaum Requirements in grafischer Form darstellen können, sprich Funktionalitäten, ja, wie schon mehrfach jetzt gesagt, die Modelle repräsentieren die Architektur. diese Entdeckungsmechanismen für die Fehler, da muss man einfach ganz wichtig, dass sie unterscheiden zwischen internen Fehlern, also die Fehler der ECU, also ihr System, das sie bauen, diese Hardware, oder geht es um Fehler, also in der Regel geht es um beide, geht es um Fehler, die von außen kommen, ja, dass meine ECU irgendein Signal empfängt und plausibilisieren muss, ob es auch richtig ist, vom Sensor, ja, zum Beispiel, von Sensoren, ganz typischerweise, und das ist testtechnisch dann später ganz wichtig und auch Requirements technisch, diese externen Fehler lassen sich noch relativ leicht beschreiben, wie das System sich da verhalten soll, bei den internen Fehlern, wie gesagt, steht die Information meistens in der FMEDA und es kommt meistens nicht zu den Leuten, die die Requirements und die Architektur schreiben, also da muss man aufpassen. So, und hier die Inspektion beziehungsweise der Walkthrough, ich habe das versucht ganz kurz zu machen, eine Inspektion, da gibt es sogar eine Norm, was eine Inspektion genau ist, viele Rollen, viele Formalismen, man hat aber festgestellt, dass rein formales Vorgehen nicht notwendig weil es ein gutes Vorgehen ist und deswegen ist die Inspektion nicht mehr, in der Reinform nicht mehr gar so gefordert, aber sie steht halt in den Normen drin und was sich jetzt so als sehr, sehr gut herausgebildet hat die letzten zehn Jahre ist eben, wenn sie ein Review oder eine Inspektion machen müssen, also ich nehme den Begriff Review als Oberbegriff für Walkthrough oder Inspektion von Architektur, von Requirements, von Tests, was auch immer, immer gleich, ich mache es jetzt nur hier am Beispiel der Architektur, dann kreieren sie eine Review-Checkliste, definieren sie, was sie denn eigentlich tun wollen, besprechen die mit denen, die das Review machen am Anfang, dass jedem klar ist, was suchen wir, welche Fehler suchen wir und das machen sie, das dokumentieren sie, diese Review-Checkliste. Dann revieut jeder individuell, heute am PC, wir haben durch Homeoffice sowieso diese Möglichkeit zusammensitzen, sind wir eh nach Corona fast gegangen, aber es unterstützt das Ganze super, weil ich brauche beim eigentlichen Durchführen des Reviews nicht zehn Leute im gleichen Raum sitzen haben, das kann jeder für sich machen, soll jeder für sich machen, kommen die viel besseren Ergebnisse raus. Dann dokumentiert man die Findings, die man da findet, also entweder in diesem Review, neben der Review-Checkliste oder man trägt es eben in sein Bug-Tracking-Tool ein, gibt es dann viele Möglichkeiten, auf jeden Fall dokumentieren. Dann schaut es der Autor an, der das Dokument, also die Architektur geschrieben hat zum Beispiel und alle Findings, die er akzeptiert, bitte, die diskutieren wir gar nicht weiter, die waren gleich umgesetzt, da gibt es nichts weiteres. Und für alles Weitere, wo der Autor nicht zustimmt oder wo zwei Reviewer unterschiedlicher Meinung sind, dafür macht man dann ein Meeting und das ist dann das Inspektions-Meeting, das man für die Inspektion auf jeden Fall auch braucht, der auf jeden Fall braucht und das kann man wunderbar da machen und Sie können sich vorstellen, wenn es dann wirklich nur um Findings geht, die relevant sind, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, da kommt auch jeder ins Meeting und da ist ja jeder vorbereitet von allen die Beteiligten, die da beteiligt sind dran. Und dann hat man das sehr effizient gelöst und wie gesagt, das ist diese Vorgehensweise, die kann ich also nur empfehlen und damit erfüllt man im Ende auch die Forderung an eine Inspektion, zumindest nach allem, was ich bisher erfahren habe. Aber Ziel 3 und Ziel 4, wenn man das sauber anwendet hier, kommt man auch durch, auch wenn eine Norm drinsteht, ich muss eine Inspektion machen. Und beim Walkthrough sowieso. Beim Walkthrough würde ich eben empfehlen, trotzdem dieses Vorgehen hier machen. Man kann ein bisschen informaler sein, gegebenenfalls, gerade was dieses Meeting hier anbelangt, aber den Rest einfach bitte machen. So, müssen wir ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben heute ein bisschen viel Themen, das Design und der Code, da sind solche Tabellen drin, da steht wieder semiformal, formal, haben wir gerade eben schon gesprochen. Ich habe gesagt, Design ist eigentlich nur die größere Detaillierungsgrad zur Architektur, das hängt ganz stark mit der Architektur zusammen. Ich empfehle, machen Sie ein Dokument, welches Architektur und Design enthält und unterscheiden Sie darin gar nicht so ganz stark. Weil selbst die Standards kommen dann, also Modellierung, das haben wir vorher auch schon gesehen, die kommen nämlich dann auf solche Dinge wie Coding-Standards und Language, Programming-Language. Defensives Programmieren ist durchaus Teil des Designs in den Standards, nicht unbedingt des Studierens. Da unterscheiden auch die Standards nicht so stark und das machen Sie sich bitte zunutze. Wichtig ist jetzt hier eben diese Themen, Codier-Standards und defensives Programmieren, das sind wichtige Dinge, die müssen Sie, also Babsiel 2 auf jeden Fall, Sie 2, 3, 4 einhalten und in den meisten Standards auch Codier-Standards sollten Sie immer haben. Tool-Qualifikation, also da sind die Tools, die man verwendet, um zum Beispiel die Codier-Standards zu überprüfen, irgendwelche statischen Code-Analyse-Tools, was wir jetzt gleich nachher noch sehen werden, das TTC zum Beispiel, das muss gegebenenfalls Tool-Qualifiziert sein, aber jetzt gerade in der Industrie, so 61, 5, 8, 25, 119, ich sage mal so, bei SIL 3, SIL 4 auf jeden Fall, bei SIL 2 muss man schauen und bei SIL 1 kommt man meistens noch mit, wenn man ein Tool nimmt, was auf dem Markt ist und, sagen wir mal, gut bekannt ist, dann muss man da noch nicht so viel machen, wobei die R65-L8 ändert sich eben gerade, ich habe es am Anfang ja gesagt, wahrscheinlich nehmen die Forderungen zu, das zu machen, auch die Bahn, auch nicht anders, also das ist ein Thema, das kommt eher jetzt, aber die Normen repräsentieren das, diese Normen, die wir hier haben, repräsentieren das noch gar nicht so stark. Und wieder Inspektion Walkthrough, von dem, was wir gerade schon gehabt haben, vom Design, also wenn wir nur ein Dokument machen, eben die Architekturdokumente und eben auch den Source-Code. Bei niedrigeren SIL-Leveln, ob man jetzt wirklich den Source-Code noch zusätzlich zu den Codierstandards überprüfen muss, ist ein bisschen eine Diskussionsfrage. Bei den höheren Leveln muss man es machen. Da wird man auch durch den Code durchgehen müssen und funktional bestätigen müssen, und zwar per Review, trotz den Unit-Tests, bestätigen müssen, dass der Code tut, was der Code tun soll und dass das Design auch wirklich der Code das Design repräsentiert. So, hier jetzt ein bisschen kürzere Punkte, also modellbasierte Entwicklung ist klar. MISRA-Standards sind eben die Standards, stehen nicht in den Normen drin, aber es ist der Standard für CC++, der eben die Codierstandards hier repräsentiert. Und wenn Sie da ein Subset auswählen, also nicht den ganzen MISRA, das werden Sie nicht verwenden können, aber ein Subset vom MISRA-Standard auswählen, dann haben Sie da das Richtige gemacht und ja, dieses Tool-Qualifikation-Thema, wie ich gerade schon gesagt habe, ändert sich. Viele Tools haben diese Tool-Qualifikations-Pakete und bei niedrigeren Ziel-Leveln reicht manchmal dieser Hinweis, jawohl, der Hersteller hat so ein Paket, dann müssen Sie nichts kaufen und nichts machen. Man muss aber sagen, aus Sicherheitsgründen oder aus Qualitätsgründen heraus, dieses Paket nicht zu kaufen, ist für die Qualität dieser Tool-Qualifikation nicht so gut, weil alle diese Tools, also sei es die MISRA-Checker oder eben Unit-Test-Tools oder andere Tools, die Fehler, die da drin sind, die sind immer dann, immer da drin, wenn man die Tools einbettet in die Testumgebung, das heißt, diese Tool-Qualifikations-Pakete sollte man laufen lassen in diesen Umgebungen und dazu braucht man dann meistens von den Herstellern diese Pakete, also wenn Sie auf Qualität Wert legen, wenn das so wichtig ist und bei Ziel 3, Ziel 4 brauchen wir darüber nicht reden, da müssen wir es auf jeden Fall machen, dann kaufen Sie diese Tool-Qualifikations-Pakete und führen Sie sie aus. Sie können diese Tool-Qualifikation auch selber machen, das ist kein Hexenwerk, es kostet nur relativ viel Zeit und Geld und deswegen ist es meistens sinnvoller für so klassische Tools, also da ein Tool auszuwählen, wo ein Tool-Hersteller dieses Paket anbietet. Aber Sie haben manchmal ja eigenschriebene Skripte und so, wo es keinen professionellen Hersteller gibt, da muss man dann diese Tool-Qualifikation selber machen und das bedeutet meistens Requirements schreiben, die Funktion beschreiben und Tests dazu machen und noch ein Planungsdokument, so mal im Großen. So, Verifikation, wie so häufig am Ende oder natürlich ein Stück weit immer am Ende, weil wir halt erst mal Source-Code brauchen, bevor wir irgendwas verifizieren können und da haben wir jetzt die Standards so ein bisschen Verifikation im Generellen, ja, ich habe es jetzt mal, ich habe es jetzt unterteilt ein bisschen und dann diese verschiedenen Testebenen, sie sind da relativ weich, alle drei sind hier, finde ich, nicht so gut, also ohne Testerfahrung hat man da echt Schwierigkeiten, formalen Beweis, tolle Sache, aber wie soll ich denn, gibt es in der Praxis nicht, ja, also formal zu beweisen, da bräuchte ich eine formale Spezifikation, habe ich vorher gesagt, haben wir praktisch nie, die, also Requirements-technisch, ja, gibt es kein formal und das Modell beschreibt halt, das Modell kann zwar formal sein, aber die Spezifikation wird es nicht sein und dann werden sie nicht, sie werden kaum formale Beweise führen können, das wären mathematische Beweise, das wäre der Traum, sage ich mal, aller Safety-Leute, das muss formal beweisen können, aber das sind wir technisch weit weg davon. So, dann kommt die statische Analyse, stand aber gerade eben auch schon drin, in der Architektur, im Design, ja, das sind die Coding-Standards in der Regel, ich überprüfe das Tool, die Software statisch, dann habe ich Daten- und Kontraflor-Analyse, eine Analyse, die komplett unterschätzt wird, die stehen in allen Standards drin und kaum jemand macht was damit. Das ändert sich aber auch, das wird in Zukunft ein Thema werden, was häufiger kommen, wird und bei SIL 3 und SIL 4, bei den höheren SIL-Standards, müssen Sie hier Antworten geben, was Sie gemacht haben, und das ist nicht ganz einfach, übersteigt aber jetzt hier, sagen wir mal, dieses Webinar. Die strukturelle Coverage-Messung beim dynamischen Testen, das heißt, die Code-Coverage-Messen, CTC zum Beispiel, ja, und andere Tools. Tracability kommt immer vor, also von den Tests zu den Requirements in der Regel oder von den Tests zu den Testergebnissen, also Testfälle zu Testergebnissen, das muss also alles sauber nachvollziehbar sein. Tools, Trusted, Verified, Increased, Confidence from Use, ist wieder Toolqualifikation, jetzt eben hier für Verifikationstools, für Testtools oder halt auch für statische Code-Analyse-Tools, da kann man in der Tabelle jetzt beides reininterpretieren und das ist auch typisch, die Standards wiederholen sich teilweise, es ist nicht eineindeutig, was da steht in jeder Tabelle, das ist auch ein bisschen die Erfahrung, die man haben muss und wieder Source-Code-Inspektion, haben wir gerade eben schon gehabt, kommt jetzt hier bei der generellen Verifikation nochmal, wie gesagt, wiederholt sich. So, statische Analyse, Proofs, in 90% der Fälle sind das die Misra-Regeln, ja, wie auch immer, es gibt aber natürlich noch mehr und wieder, wenn man auf Qualität, besonders viel Wert auf Qualität liegt, dann muss man sagen, schauen Sie sich die Laufzeitfehler an, schauen Sie Tools an, so ein Code-Sonar hier zum Beispiel, das eben Laufzeitfehler auch finden kann, Division bei Null, Out-of-Boundary-Array-Zugriffe, Integer-on-Floating, arithmetische Berechnungen, Überläufe, die aus Berechnungen heraus entstehen. Die Tools sind also, da gibt es also viele Tools, die inzwischen deutlich mehr kennen wie Misra und da sind halt wirkliche Fehler drin versteckt, also das ist auch eine statische Analyse, also wenn Sie in Richtung Qualität wollen und bei Ziel 3 und Ziel 4, muss man sagen, bitte schauen Sie, dass Sie solche Tools haben. Die Standards sind hier weich, da kann man also beides, das ist ja ein bisschen wirklich weich. Datenfluss, Korin, Kontrollfluss, wie gesagt, das ist ein Thema, was über dieses Webinar hinausgeht, wird meistens im Rahmen vom Unit-Testing gemacht oder durch ein Review und sagt man, okay, man greift auf Daten zu und die, weil wird ein anderes Modul aufgerufen und das Datum wird übergeben und so oder die globalen Variablen schaut man sich ab und zu noch ein bisschen an, aber man macht insgesamt aus meiner Sicht viel zu wenig, also die Industrie, alle Firmen machen da viel zu wenig, die Assessments werden schärfer, ist aus meiner Sicht, es ist mehr im Kommen, ja, also die nächsten Jahre und auch das Tooling, um Daten- und Kontrollflüsse vielleicht auch nachzuweisen, mit Toolings wird besser, da passiert was. Zum Beispiel die non-intrusive Mess-Methode, ja, über den Trace-Port vom Prozessor wird also zukünftig, sagen wir mal, in zwei, drei, vier Jahren da Möglichkeiten geben, das zu tun. Heute ist es noch zu wenig. Das sind die Tools in der Entwicklung. Die strukturelle Coverage ist genau das gleiche Thema, da wird sich auch viel ändern wahrscheinlich. Bisher wird klassisch der Code instrumentiert, wird, werden wir gleich nachher in der Präsentation noch kurz sehen und was es zukünftig auch geben wird, ist auch hier die non-intrusive Messung über den Trace-Port. Professionelle Verifikationstools gibt es eben mit Tool-Qualifikationspaketen und wenn Sie in Ziel 2, 3, 4 unterwegs sind, dann sollten Sie sich solche Tools auswählen, die solche Pakete haben. Sie haben genügend zu tun in dem Projekt. Sie müssen sich nicht um Tool-Qualifikationspakete, die auch noch selber machen wollen. So, jetzt, da könnte man jetzt ein ganzes, da gibt es ganze Seminare drüber, die zwei Tage dauern, über Testen. Jetzt machen wir das mal ein paar Minuten. Die Normen machen nicht viel dazu, die sind relativ weich. Ich habe jetzt zusammengefasst, Komponententest, Integrationstest, Systemtest und die sagen, fast in jeder Testebene das Gleiche. Welche Methoden soll ich da auswählen oder gibt es da, naja, Blackbox-Testing, Funktionales-Testen, okay, geschenkt, kann ich nicht viel machen damit, was sagt mir das nicht viel, aus, Equipment-Class und Input-Partitioning-Testing und Boundary-Testing, das sind die zwei Testmethoden, die man immer bei jedem Test, auch außerhalb der Safety, aus meiner Sicht, immer machen sollte. Die sind wichtig und gut und die sind letztendlich auf jeder Testebene anzuwenden. Also, das geben die Normen her. Und das hat ziemliche Konsequenzen. Das heißt, Sie müssen gut testen. Das kommt nur in den Tabellen gar nicht so richtig raus. Wenn Sie also Equipment-Class-Testing kombinieren mit Boundary-Testing und dann noch ein Mindset haben, den Tester, das Error-Guessing-Mindset, das steht da nicht drin, aber Sie sollen, der Tester soll Fehler suchen, der soll ein Mindset haben, ich will das System so stressen und so an die Grenze bringen oder über die Grenze hinaus, damit es Fehler zeigt. Das sollte das Tester-Mindset sein. Und das geht aber nur, wenn Sie eine gute Safety-Kultur haben, sprich eine offene Kultur in der Firma und wenn die Leute Zeit haben, wenn man Zeit hat, das zu machen, wenn Sie Druck ausüben, haben Sie keine Chance. Dann werden Sie da nicht gut sein. Und das ist die große Kunst. Also die Normen sind hier ziemlich frei und aus Normsicht haben Sie da nicht viel Unterstützung, aber aus Qualitätssicht, aus eigenem, für das Interesse der eigenen Firma und natürlich aus rechtlichen, sodass die Software fehlerfrei ist, da müssen Sie also mehr machen, wie die Normen da eigentlich überhaupt vorgeben. So und Code-Coverage sollte kein Selbstzweck sein, das sollte man eigentlich nicht im Whitebox-Test, im Unit-Test da alleine messen und dann nur Testfälle schreiben, die Code-Coverage versuchen zu erreichen, sondern man sollte die Requirements hernehmen, diese abtesten und dann die Coverage messen, da dabei die Coverage messen. Das macht Sinn. Das ist nur im Unit-Test relativ schwierig. Da kann ich jetzt aber, da kann ich jetzt nur verweisen auf das Test-Seminar, das Sie auch gar nicht über Verify-Soft buchen können. Vom Webinar her kommen wir langsam ans Ende, damit der Roland hier auch noch das als CDC kurz zeigen kann. Zusammenfassend jetzt, das war jetzt ein Ritt durch diese Themen und wie gesagt, mehr wie eine Idee und eine Message kann ich nicht mitgeben und welche Message will ich mitgeben? Das sind diese vier, fünf Punkte hier. Wählen Sie die richtigen Methoden aus, nehmen Sie sich da Zeit und nehmen Sie sich gegebenenfalls auch einen externen oder jemanden zur Hand, der eine Erfahrung hat dabei. Es geht regelmäßig, ich komme regelmäßig zu Kunden, die es selber machen, ohne Erfahrung und die machen es entweder machen Sie viel zu viel, dass es nicht mehr bezahlbar ist, Sie sind ängstlich und wollen viel zu viel machen und können das dann nicht leisten oder Sie machen viel zu wenig und es ist dann aus Safety-Sicht riskant. Also da brauchen wir einfach Erfahrung. Diese Standards lesen reicht nicht aus. Sie brauchen eine konsistente Entwicklungs- und Darifikationsstrategie, schon aus Tooling-Gründen. und wenn Sie diese Strategie aufstellen, wenn Sie sich eine Idee haben, was wollen wir hier wie machen, wenn Sie mit dem rangehen an die Auswahl dieser Methoden, das habe ich ja jetzt versucht, ein bisschen zu zeigen und ein paar so Strategien habe ich jetzt angerissen, sage ich jetzt mal, mehr nicht, aber das sollten Sie tun, nicht blind irgendwelche Zeilen aus der Norm rauskopieren und das irgendwie abhaken wollen, im Fall so Excel-Management, sage ich jetzt mal, das sollten Sie nicht tun. Sie sollten auch nie den Assessor fragen, welche Methoden Sie verwenden sollen, das ist never ever. Sie immer schlagen Sie dem Assessor was vor und argumentieren, warum Sie es so machen und das hat zwei Vorteile, erstens will der Assessor das so hören, der wird Ihnen nie sagen, was Sie tun sollen und zweitens, Sie haben damit die Möglichkeit zu begründen, warum Sie es machen, wie Sie es machen. Sie müssen ja nicht das tun, was der Assessor sagt, nicht immer, also man kann durchaus mit denen, man sollte durchaus argumentieren, aber das kann man halt nur, wenn man Erfahrung hat, das ist das Problem. Also da sind wir wieder im ersten Punkt, Sie sollten da erfahrene Leute mit reinbringen und darum wird auch ziemlich viel Wert darauf gelegt, dass man Erfahrung drin hat in den Projekten. So, actively defend your strategy and assessments, das ist das, was ich gerade eben gesagt habe, nicht immer ja sagen, selected including justifications, genau, Sie sollten Sie im Safety Plan, im Verifikationsplan, je nachdem, was Sie haben, sollten Sie das, was Sie ausgewählt haben, dokumentieren, auch die Begründung, warum Sie diese Methoden ausgewählt haben. Damit tun Sie fürs Assessment einfach viel, viel Gutes und Sie tun für die Firma viel, viel Gutes, weil Sie alle Diskussionen innerhalb der Firma reduzieren können auf schau her, so machen wir es, wenn du es anders machen willst, dann reden wir genau über diesen Punkt, der da steht, aber nicht so allgemein, mir gefällt nicht, wie wir testen, mir gefällt unsere Requirements nicht, da sind in Firmen immer so viele Diskussionen am Gange, die sehr viel Zeit kosten, aber nutzlos sind, weil sie viel zu allgemein sind, also bitte dokumentieren Sie das, was Sie machen, hilft Ihnen, in Europa, muss man sagen, auch vor Gericht, also wir machen es gut und das schreiben wir auf und das dokumentieren wir und damit sind Sie bei Gericht, selbst wenn ein Schadensfall auftritt, zumindest auf einer guten Seite, ich bin kein Rechtsanwalt, muss ich ganz klar sagen, ich kann natürlich keine rechtliche Beratung geben, aber in Europa ist es so, wir das, was wir machen, schreiben wir auf und das ist dann eine strukturierte Vorgehensweise in der Regel und wenn die jetzt nicht große Lücken enthält, dann werden Sie da auch vor Gericht bestehen, selbst im Schadensfall in den meisten Fällen, ja, grobe Fahrlässigkeit natürlich und große Lücken, diese lassen mal ausgenommen, ja, aber wenn Sie es systematisch machen, passt das. Gut, damit wäre ich durch, darfst du dann? Genau, der Martin hat es schon erwähnt, macht viele Dinge, statische Code-Analyse-Tools, die wir auch anbieten, heute gucken wir jetzt mal auf ein Produkt, das wir selber entwickeln, Testwell CDC++, ein Code-Coverage-Analyzer, so ein bisschen hat das auch angedeutet, was es bedeutet, Code-Coverage zu messen, also im Prinzip die Testabdeckung, wie weit wird Ihr Source-Code abgedeckt durch Tests, die Sie machen. Ich werde, glaube ich, jetzt nicht auf alle Punkte im Detail eingehen, weil dazu reicht uns die Zeit, nicht mehr, aber Sie sehen ja schon mal die Folie, wenn da Fragen sind, Kontaktdaten zu uns gibt es auch. Hier nochmal die Folie so ein bisschen darauf eingehen, dass es natürlich verschiedene Code-Coverage-Analyzer gibt und diese Punkte streichen Sie ein bisschen raus, was vielleicht der Unterschied ist. Wir sind ja in dem Bereich Safety-Critical, der mittlere Punkt, war gerade auch nochmal, was da Martin gesagt hat, zu unserem Tool gibt es auch ein Qualification-Kit, also genau das, dass wir Sie unterstützen, das Tool auch so einsetzen zu können, dass es akzeptiert wird, dass Sie damit die Coverage messen. Und das Tool ist hauptsächlich für die Sprachen C und C++. Das sind auch die Sprachen, die so über 80 Prozent in dieser Welt, dieser Embedded Targets, vorherrscht. Java und C Sharp sind lediglich Add-ons, mit denen Sie kleinere Produkte vielleicht dann auch noch mit messen können. Ein wichtiger Punkt noch vielleicht auch, im Gegensatz zu anderen Tools, wir sind ein reiner Code-Coverage-Analyzer, das heißt, wir machen nicht, wie andere Produkte, im Prinzip ihre Requirements-Verwaltung, ihr Test-Management und messen nebenbei noch Coverage, sondern wir versuchen, ein unabhängiges Tool zu sein. Sie können es deswegen für verschiedenste Compiler, Groß-Compiler einsetzen und die Lizenzierung schränkt Sie auch nicht ein, dass Sie es nur für ein nettes Projekt verwenden können oder nur in einer bestimmten Umgebung. Also den Vorteil, den Sie haben mit unserem Code-Coverage-Analyzer, ist, dass Sie frei sind in der Wahl der anderen Tools. Also welches Bildsystem Sie haben, spielt keine Rolle, welches Unit-Test-Framework Sie haben. Unser Tool macht Sie davon auch unabhängig, wie Sie das machen möchten. Das integriert sich sehr gut. Um zu verstehen, wie das Tool arbeitet, also ich will Ihnen so ein bisschen Ihnen zumindest zeigen, wie ein Report aussieht und wie man da hinkommt, wir werden da nicht zu technisch, aber wir gucken dann auf den Prozess der Coverage-Messung aus unserer Tool-Sicht in drei Schritten. Den ersten nennen wir Instrumentierung. Testwell-CDC++ besteht aus einer Sammlung von verschiedenen Tools, die zum Teil schon vor 30 Jahren entwickelt wurden, sind also hauptsächlich Kommandozahlen basiert, was in dem Fall ausdrücklich Vorteil ist, weil wir eben leicht integrierbar sind in Bildsysteme, in existierende Umgebungen. Wichtig sind die drei Phasen, Instrumentierung, der Code wird angereichert, wie das geht, zeige ich Ihnen auf einer Folie danach. Dann machen Sie Ihre Tests und in unserem Fall, von unserem Code-Coverage-Analyzer, ist es tatsächlich dann auch egal, wie Sie die Tests machen. Hauptsache, der Code ist instrumentiert und damit führt es automatisch zu einer Messung von Code-Coverage. Und im anschließenden Schritt werten Sie dann im Prinzip die erzielten Ergebnisse aus. Und an einem Workflow zeige ich Ihnen mal, wie das exemplarisch sein kann, wie die Tools heißen, was da passieren würde. Stellen wir uns einen normalen Entwicklungsprozess vor. Wir haben links Quellcode, wir kompilieren den Quellcode, wir haben eine Anwendung und diese Anwendung testen wir. Und die Tests, die sind erfolgreich oder nicht erfolgreich, spielen keine Rolle. Es geht erstmal darum, wir haben diesen Workflow, den haben Sie schon. Also bevor Sie Code-Coverage messen, wir haben Programme, wir haben dazu passende Tests. Jetzt möchten wir Code-Coverage messen. Jetzt sprechen wir die drei Phasen von eben durch. Die erste Phase der Instrumentierung findet zum Zeitpunkt des Kompilierens statt. Das heißt zum Beispiel ein Tool, CTC, das ist das Kommandozeilentool, bringen Sie rein in den Kompilierprozess und weisen es an, beziehungsweise es macht das automatisch, wenn Sie einfach sagen, ich möchte die Kabaretti messen, dass es dem Code-Zähler hinzufügt. Die zum einen, hier haben wir so eine kleine Decision, das wäre Ihr original Quellcode und daraus wird nach der Instrumentierung ein anderer Quellcode. Das heißt, wir machen eine Art Kopie Ihres Quelltextes. Sie können Ihre bisherigen Prozesse weiterfahren, wie immer. Und in dieser Kopie, die funktioniert natürlich gleich, das funktionale Verhalten Ihrer Software wird nicht geändert, aber es erhält praktisch hier zwei Zähler, wenn wir jetzt Decision-Coverage zum Beispiel messen möchten, um zu sagen, wann wurde diese Decision mit True ausgewertet, wann mit False. dann werden diese Counter erhöht. Das führt dazu, wenn Sie mit unserem Tool-Coverage messen, dass Sie natürlich ein leicht größeres Programm bekommen, weil es hat diese Counter drin, es hat eine Laufzeitumgebung drin im einfachsten Fall und es wird zusätzlich in der Datei geschrieben, wo Sie auch sehen können, was da passiert. Sie testen dann. Bei dem Testen wird eine weitere Datei erzeugt, aufgrund der Instrumentierung und Sie haben dann die Möglichkeit, auch die Testergebnisse, die Sie erzielt haben, wieder in Verbindung mit Ihrem originären Quellcode zu bringen. Und dann sehen wir zum Beispiel einen Ergebnisbericht für eine Datei, für eine C-Datei, die heißt Regulators. Die enthält verschiedenste Funktionen, hier auf der rechten Seite und wir sehen jetzt, dass wir für die Funktion Lights ein hohes Coveragemaß, Multicondition Coverage von 75 Prozent erzielt haben. Die 75 Prozent setzen sich daraus zusammen, dass wir sechs von acht Stellen erreicht haben, wenn wir auf, wir können in dem Report dann auch auf Source-Code-Ebene gehen und sehen auf der rechten Seite Ihren Source-Code mit verschiedenen Hintergrundfarben, an denen sich erkennen lässt, wo wir waren, wo wir nicht waren, insbesondere da war es rotisch und die sechs von acht, die 75 Prozent ergeben sich eben aus dieser Zählung von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stellen, die instrumentiert wurden und von diesen Instrumentierten, also von diesen Zählern, die wir implementiert haben durch das Tool, sind noch zwei nicht berührt. Also das heißt, wir haben sechs von acht 75 Prozent und jetzt kann man sehr leicht sehen, welche fehlenden Tests erfasst werden müssen, um mit der Testausführung 100 Prozent Coverage zu erzielen. Zum einen muss jemand mal das Licht ausschalten, also Goal gleich Off, dann wird wir hier in diesen Zweig reinkommen. Der etwas schwerere Teil zu identifizieren ist, dass wir hier natürlich ein If haben, ein Elsev, weiteres Elsev, aber was passiert, wenn wir keines der hier abgegriffenen Argumente wählen, wir haben hier Off, On, Dimmed und wenn jemand die Funktion Lights mit dem Goal Yellow, also Gelb zum Beispiel, aufruft, dann trifft halt keine dieser Decisions zu. Insofern haben wir so praktisch einen unsichtbaren Zweig noch, also wenn nichts passiert sozusagen durch die Funktion, das muss auch noch abgelegt werden. Das heißt, wir brauchen hier zwei Testfälle, wenn wir die zwei Testfälle erfassen, dann haben wir 100 Prozent Coverage. Das ist ganz schnell mal den Eindruck, wie so ein Tool aussieht. Sie können es in verschiedene IDEs integrieren. Es lässt sich hervorragend in bestehende Workflows integrieren, ob Sie das in der Cloud haben, Ihre CI, Ihre Bildprozesse, das ist kein Problem. Das kann auch auf kleinsten Targets machen, das haben wir nicht adressiert, aber da gibt es verschiedene Workflows und Sie dürfen es für alle Compiler einsetzen. Und wie es der Martin prophezeit hat, ich habe es natürlich nicht geschafft, bis um 11, aber das war wirklich sehr, sehr schnell, einen ganz kleinen Eindruck und wenn Sie daran Interesse haben, so ein Tool suchen für C und C++, dann können Sie natürlich, ja, dann können Sie uns kontaktieren, können auch das Tool kostenfrei evaluieren und ein wichtiger Punkt, auch ein Vorteil unseres Tools ist, dass Sie natürlich Support kriegen, sich nicht auf eine Community stürzen müssen oder auf jemanden angewiesen sind, der irgendwann mal was ins Internet geschrieben hat. Also Sie können aktiv mit uns kommunizieren und wir helfen Ihnen bei der Umsetzung, bei der Einrichtung ja, von Coverage, des Coverage Tools. Da steht Azure DevOps, ja, Azure DevOps, das können Sie verwenden, um die Frage aus dem Chat mal zu beantworten. Da haben wir ein Beispiel, wenn es mal interessant für Sie sein sollte, dann kann man das da tun. Also doch mal dann nicht 30 Jahre alt. Ja, ja, Tools sind eher, aber genau, Azure DevOps, im Prinzip haben Sie da verschiedene Pipelines, also Sie verwenden sozusagen ein Repository, was Sie da auschecken. Also das wäre jetzt so ein Detail, ich glaube, das sprengt den Rahmen, aber wir haben ein Fallbeispiel, wo wir zeigen können, wie wir CDC++ in der Azure DevOps Pipeline einsetzen und dann Coverage messen. So, ich habe noch eine Frage zu dem bekommen, zu dem Preis. Jetzt sage ich mal, Roland, ich als Berater, hier eine Antwort für das Tool-Qualifikationspaket, also nicht CDC, sondern Tool-Qualifikation, jetzt sage ich als Berater, ganz bewusst, ja, 10.000 plus minus, müssen Sie das rechnen. Ja, es liegt etwas über 10.000 für die C-Version. Ich glaube, die Julia will auch. Willst du auch was sagen? Nee, alles gut. Ihr habt schon gut beantwortet, das passt. Also das muss man dann halt auch schauen und dann können Sie sich dann vertrauensvoll an den Tool-Hersteller wenden. Also das ist soweit da der Stand der Technik und nachdem wir jetzt schon gut drüber sind, Julia, darfst du jetzt das Webinar beschließen. Deswegen haben wir die Fragen auch soweit beantwortet, die hier gekommen sind. Also Dankeschön und ich freue mich. Dass keine Fragen mehr sind. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Ich sehe auch aktuell jetzt keine Frage mehr. Wenn im Nachgang noch Fragen aufkommen, stehen wir natürlich auch, ja, da ist ja zur Verfügung. Hier ist noch eine. Warum muss man das Tool-Qualifikationspaket kaufen? Ich habe es genannt, warum das aus technischer Sicht Sinn macht. Natürlich ist es auch eine Geldsache. Ich bin Berater, ich verteidige manchmal die Kunden, dass es nicht kaufen müssen. Also bei niedrigeren Ziel-Leveln und entsprechendem Setting im Projekt kann man das schon auch mal weglassen. Aber warum macht es wirklich Sinn? Naja, weil sie diese Tests ausführen sollten. Und die Fehler, ganz klar, die Erfahrung, die Fehler, die da drin sind, die sind in der Regel nicht im Tool, sondern die Fehler, die da drin sind, die sind in der Anpassung, in das Einbetten des Tools, also das, was sie meistens selber machen oder das, was man nur einmal macht, in die Entwicklungsumgebung einbetten. Und da soll es eben laufen. Und das ist... Was ich ja ganz klar, Martin, ist es eine Empfehlung, es zu tun, es ist schratsam, es zu tun, weil wir das Tool dann in ihrer Umgebung den Testfällen testen. Aber wenn die Frage war, muss ich? Nein, ich muss nicht. Also man kann Testfälle CTC++ ohne Q-Kit kaufen. Das ist auch funktionstechnisch alles vollumfänglich da. Das ist wirklich ein zusätzliches Tool, um Ihnen die Qualifizierung, wenn Sie das wünschen, zu erleichtern. Und Martin plädiert dafür, dass es erleichtern wird. Aber es ist kein Zwang, ein Qualification-Kit zu haben. So ist es. Also Sie müssen es mit Ihrem Assessor besprechen. Ich meine, Sie müssen es nicht kaufen, aber Sie müssen halt Ihr Assessment bestehen. Genau. Ich glaube, der Kollege hat es gepasst. Es geht um die Einbettung der Tools. Alle diese Tools, die hier eine Rolle spielen, die laufen nicht auf dem PC standardmäßig und die sind immer in die Umgebungen eingebettet. Und da ist einfach nun mal die Erfahrung, dass es da immer wieder zu Fehlern kommt. Und genau die wollen wir ja finden. Und ich sage es Ihnen, ich habe es mal gehabt, ein Tool, das die MCDC falsch berechnet hat, Weg in so einem Fehler. Da kriegen Sie, also das dann bei hohen Sill-Leveln, da haben Sie dann schon ein Problem als Firma. Also da haben Sie dann, also als Projekt, da ist die Toolqualifikation spielt da keine Rolle mehr. Diese paar Euros, die das dann kostet, wenn Sie solche Fehler zu späten Zeitpunkten im Projekt finden. Gut, aber jetzt beenden wir es dann doch. Die Frage kam noch. Alles andere im Nachgang, Sie haben ja E-Mails von uns, von mir auch und von Varifysoft. Ich bin auch gut überreichbar über Varifysoft. Also nochmal, Dankeschön. Und jetzt ist der Roland. Liebe Julia, du wolltest doch das Ding beschließen. Dann bedanke ich mich wie gesagt für die Teilnahme und wünsche allen Teilnehmern noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020